Was ist das für ein Hund, ey? Oh, jetzt noch mal. Was ist das für ein Hund, ey? Okay, meine Freunde. Da ist noch ein Hund. Ach, gezähmter Weißwolf, ey. Komm, du musst ja mal, wenn er gezähmt ist, dann ist er auf meiner Seite angeblich. Schneestiefel. Komm, die werde ich jetzt erstmal ausrüsten. Komm, du musst. 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 Oh ja. 20% Nahkampfschaden werden absorbiert, er reflektiert. Bogen benutzen wir eh nie, deswegen. So much blood, lust squandered, why? Away with you damned reaper, take your scythe to grain, not my soul! Erstmal handeln. The bane of all life-loving souls, maniacs and their gods. The humans, they wanted Lord Bereas' great starstone, so they fashioned him a staff, the elemental staff. It makes him king, for it dethroned his brothers. So glad was he with power, yet another bane, that we were given to the humans and their knives. Stone of stars, stone of blood. In his castle, in the dungeon, the fortress we built him. All he longs for is eternal winter. A season of pain and imprisonment everlasting. Fear not, fear not like I must. Fear not. Oh! Fear not, fear not. Fear not. Fear not. Fear not. Parfümflüschchen, okay. Oh, das sieht doch wieder nach Kampfgebiet hier aus. Ja, was sag ich? Leandra. Blutstein. Oh, die wollen mich doch verraschen. Das gehört den Imci angeblich an. Ah, Sourcehunter. I had so hoped to avoid meeting you here. But perhaps we were bound to face one another. Your kind have long interfered with mine, after all. You must think me quite the villain, mustn't you? The things you've seen. Without the proper context, I can imagine it's all quite shocking. Horrific, even. And I suppose you must have pictured me, some bloodthirsty madwoman, intent on what, I wonder? Power? Gold? Chaos for its own wild sake? The truth is rather less simple than the imagination would conceive. Surely, the sight of a bit of blood doesn't turn your stomach, Sourcehunter. No, I imagine you've become more than accustomed to such things. If only my dear Immaculates took the same approach to our great work. But it seems all too often, that only the most vicious of them rise up to the required tasks. All the same, these deaths were necessary. Soon enough, the pain they suffered, and pain you have suffered, Sourcehunter, will be washed away. Cleansed. This is my death. I've nearly forgotten the meaning of the word, what it means to most. But I am no monster, Sourcehunter. Like you, I have seen the living snatched so senselessly from this world. And I have mourned. But I have also discovered that weeping was senseless. Like infants with squall, clinging to a day that is not ours to keep. Now that I know the truth, I am free. What you see as slaughter is in fact a dispassionate process. I take no more pleasure in this so-called destruction than a wave takes in the Flood. What I do must be. I wish you could understand. So you have seen it? Yes, it's as I thought. You and I have more in common than you think. You know as well as I that the Void is coming. In fact, if I'm very precise, it's already here. But you needn't be afraid. The Void is ourselves. We are destined to rejoin it. You know as well as I the enlightening capacity of these stones, Sauce Hunter. I've heard tell, that you've been zapping the life from precious star stones and that you are bolstered by the power within them. Your experiences are unique in all of Rivalon's history. But you are hardly the only player in this story. As star stone enlightens you, its child, bloodstone, enlightens something of my own creation. Barbarism. Quite a chauvinistic term to apply to something one hardly comprehends, isn't it? But I will conceal. The power I intend to bring to bear upon Rivalon is no more divine than your boot. We are free agents, Sauce Hunter. All of us. And we owe no higher power, our blood or our flesh. I have posed as a priest in service of a truth greater than any goddess could hope to be. Tut tut, Sauce Hunter. You and I both know I could hardly trust you with such information. Though if you continue stomping around in my wake, you're sure to understand sooner now. And here I believed I was starting to reach you. My foolish optimism bears yet another disappointment. But I do believe we agree on one particular point, Sauce Hunter. This does indeed end now. Enlightened ones. Your word is called to your ultimate purpose. Heed the void's call. Hover your souls to the demons that beckon you. Charming of a start age to send the scouts upon you. But no matter. The bloodstone is mine. The bloodstone is mine. Oh, boy. One more. Er füllen es. Oh, hat er gekloppt. Von Anfang an. Wo ist Madora eigentlich? Ich dachte erst, ich habe da draußen liegen müssen. Oh Gott, mutend. Na, was ist jetzt da vorne? Nisch mit mir. Hey Leute, was sind eigentlich die ganzen Makellosen da? Ach, oder sind die das? Die Makellosen hier. Haben die sich jetzt verwandelt? Ich dachte, die sind einfach nur beschworen worden. So. F5. Noch mal. Aber sieht mir voll. Ach, scheiße. So, was dann? Geh mal. Oh, 5. Nope. Hey, nicht mit mir. Der muss nach 3 Runden sterben. Der will oder nicht. Hey, Junge, es hat nicht funktioniert. Das ist doch gar nicht. Einmal versuche ich das jetzt noch. Ansonsten. Wollte zweimal. Zweimal versuchen wir das noch. Komm, zweimal. Nee, das gibt es doch gar nicht, Alter. 65%ige Chance und das klappt einfach nicht. Ich habe ein Niedriger gewonnen. Ich habe ein Niedriger gewonnen, halt deswegen. Na komm, mein Scheiß. Aber warte, dann greife ich dir wenigstens so an. So, jetzt hat es ja gar nichts gebracht. Ja, komm. Oh, nein. Wo ist das? Oh, mein Mann und ich bin. Oh, mein Mann auf diese Hand. Und jetzt geht es. Oh, wie geht es? Oh, no. Oh, mein Mann. Das ist etwas, was funktioniert hier. Hey. Getäubt ständig fehlgeschlagen, alter Herr. So, Granata. Ich freu mich natürlich nur selber ein, naja klar. So. So. Das war's für heute. Ja, ist klar. Alle auf mich. Statt auf den. Wir versuchen mit dem Parasitenbefall nochmal. Ach, geht ja nicht. Nice. Geil. Nein, was? Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Nur weil der Wasser davor stammt. Oh mein Gott. Komm, ey, das macht keinen Sinn. Alles für den Arsch wieder eigentlich hier. Mein Gott, ey. Weil die Kacke nicht richtig klickt. Ja, verfehlt oder was? Was ist denn das? Takut. Wow, das ist ja viel hart. Zwei Stück noch. Beide betäubt. Geil. Granate? Oh, die stehen ja wieder alle im Weg. Gibt mir nix. Schon bald Level ab. Nice. Das ist ein Fehlschlag. Das ist der Ende. Das ist der Ende. Was will der denn jetzt schon wieder? Das ist der Ende. Das hat die Immaculosen sterben müssen, weil sie selber... Kraftfeld passiert, aber alles brauchen wir für die Dingen wahrscheinlich. Gold. Gefeinig der Seele. Okay, kann ich verkaufen. Inventarschmiede. Was soll ich davon? Nein. Aber nicht in der Erz oder so was? Ich brauche hier Eisenhütze. Keine Ahnung. Plus 60 LP. Ja. Gut, ich muss das mal wieder heilen. Ja. 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 Ja.